Hallo, ich bin Christian Schemmer, Partei, ich bin Diplom-Ziologe und diesmal wieder im Blog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Wieder aus meiner neuen Bleibe und versuchen hier noch alles auf den Start zu kriegen. Wetter passt auf jeden Fall schon mal, wie man am Schneemittag und sieht, wenn man eben halber Meter Schnee gefallen, war schon ziemlich cool, fand ich. Ja, können wir gerne mal Bescheid sagen, Zebra ist auch bald da, Streamingraum halt fertig. Können wir gerne Feedback geben zu Ton und Licht, wie das hier ist und ja, geben wir einfach mal in die E-Mails rein. Diesmal aus einer Beziehung, finde ich auch mal schön, quasi die Frage, soll ich jemandem wieder vertrauen, der jetzt nach vielen Jahren mal einmal eventuell fremdgegangen ist. Können wir da weitermachen und genau. Hallo Christian, ich versuche mal mein Glück auf diesem Weg. Ich anfange 30 und mein Mann Ende 30, sind seit sechseinhalb Jahren verheiratet, hatten noch vor unserem ersten Jahrestag geheiratet. Als wir uns kennengelernt haben, hatte ich einen, einjährigen Sohn, war ja leingerziehend mit abgebrochenem Studium. Es lief von Anfang an sehr gut und ich hatte ein sehr sicheres Gefühl bei ihm. Ich hatte davor nur eine Beziehung, diese war leider sehr toxisch. Älterer Mann, Fremdgehen, Lügen und Betrügen. Trotz meiner schlechten Erfahrungen habe ich ihm blind vertraut. Ja, das sollte man nicht, vor allen Dingen, wenn man auf Bad Guys steht, aber gut. Ich bin nach drei Monaten geplant, bin mit unserer Tochter schwanger geworden. Ja gut, ist alles ein bisschen schnell, aber sowas, wenn man verknallt ist, macht man das halt. Was soll man dazu sagen? Unsere Beziehung lief dann wie im Bilderbuch, Hochzeit, Hausbau, zwei Kinder. Er ermutigte mich nochmal etwas anderes zu studieren, was ich auch tat. Ich habe nun einen ganz guten Job, verdiene etwas mehr wie er und er hat immer gesagt, wie stolz er auf mich ist. Ja, bis hierhin ist ja alles super gelaufen. Ich habe mich schon, habe mich in den Jahren schon verändert, habe mehr Selbstwert bekommen und stehe mehr für meine Interessen ein. Die letzten Jahre waren sehr stressig, mit zwei kleinen Kindern, beide mit Vollzeitjob, Alltag. Ich habe ein zeitintensives Hobby. Erst Reitsport, jetzt Hundesport. Also ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber Hundesport weiß ich jetzt nicht, aber ich kannte mal jemanden, sehr nette Frau, die, ja, wir waren jetzt nur sehr kurz zusammen, aber die viel Reitsport gemacht hat. Da habe ich mir auch gedacht, ey, hol da, voll da, das ist auch, wie dauerhaft für mich wäre, weil das irrsinnig viel Zeit gekostet hat. Also es gibt so Hobbys. Ich meine, auf jeden Topf passt ein Deckel, muss man selber wissen. Sollte jetzt ein Hobby auch nicht lassen, wegen einer Beziehung, sage ich mal, aber, ach, nochmal ein Umzugst-T-Shirt hier an. Aber, ja, kann schon eine Beziehung, also weiß ich nicht, was bei euch so ist, aber könnte schon auch. Auch, vor allem auch mit Kindern. Vielleicht hat man so ein Gefühl von Partnern von so wenig Zeit. Und mittlerweile, ich kenne ja auch mittlerweile eine Menge Leute, die sehr into Hunde sind, sage ich mal, und da auch wahnsinnig viel Zeit reingeben. Ja, das kann schon mal auch zu viel sein, so, ne. Oder was weiß ich, Triathlon oder irgendwelche Sachen, ne. Schon in Ordnung, das auch mal anzugucken. Was mir sehr wichtig ist, und ich als Ausgleich brauche, um glücklich zu sein. Ja, erstmal soll es ja für dich richtig sein, ne. Es hat ja schon oft zu Streit geführt, da er sich hinten angestellt fühlt. Ja, also es ist nicht so, dass ich das nicht verstehen könnte, ob man jetzt deswegen das Hobby lassen soll. Ich könnte ja mal in die Kommentare schreiben, aber ich glaube, ich würde ein Hobby, was mir richtig Spaß macht, würde ich auch nicht lassen. Aber alles hat seinen Preis, ne. Also, dass ich da, dass ich da jemand auch mal das Gefühl hatte, dass es mir zu wenig Zeit für mich so, ja, kann schon passieren, ne. Ich brauche Zeit für mich. Er verbringt gerne jede freie Minute mit mir und hat kein vergleichbares Hobby. Ja, jetzt könnte man natürlich ja sagen, er ist vielleicht ein bisschen zu needy und der Mann sollte Missionen haben und bla, 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 bla. Aber es gibt natürlich auch Männer, die, wie es auch genau viele Frauen gibt, die einfach Bock auf mehr Nähe haben, so, ne. Und das ist, also seine Wünsche sind ja genauso okay. Das Problem ist nur, dass du dich durchsetzt damit. Immer der weniger, der weniger will, was Beziehungen angeht, setzt sich durch. Aber, das sagt ja auch schon David Schnark immer, richtigerweise, er setzt sich scheinbar durch, beziehungsweise es hat einen Preis, so, ne. Also, man sagt es immer so, der weniger will, setzt sich durch. Aber unter Umständen und um des Preises ist die Beziehung auseinanderfliegt, ne. Wenn der andere irgendwann sagt, okay, du kannst dich jetzt hier durchsetzen mit deinen Wünschen. Aber dann bin ich irgendwann weg, so, ne. Na, so, hab übrigens auch so ein Parcours, also, der ist immer nicht so leicht zu finden. Unter Partherapie gibt's den, ähm, das wird auch so ein typisches Partherapie, das, falls ihr es noch vergessen zu sagen übrigens. Ähm, ich war trotzdem in den letzten Jahren sehr glücklich, hab aber gemerkt, dass er sehr gestresst war. Ende letzten Jahres kam es immer häufiger zum Streit, vor allen Dingen wegen meinen Hobbys. Ich hab mir immer häufiger vorgestellt, wie es wäre, mich zu trennen und alleine zu leben, keine Kompromisse eingehen zu müssen oder mich rechtfertigen zu müssen, wenn ich was alleine mache, einfach mein Ding machen zu können. Ja, und das ist ein, äh, das ist typischer Struggle in Langzeitbeziehungen. Da gibt's jetzt auch keine vorgestanzte Antwort drauf, wenn du sagst, das ist mir wichtiger als die Beziehung, was völlig legitim ist. Das kann man natürlich sagen, oder werden vielleicht manche sagen, ja, aber, äh, Kinder brauchen ja den Vater oder so. Klar, das muss man alles abwägen, so. Aber, ähm, also ich kann solche Entscheidungen auch nicht treffen, muss jeder für sich treffen. Aber das sind so typische Probleme von Langzeitbeziehungen, ne, dass man da, ähm, das sind auch häufig so Sachen, die sind eben nicht so 0,1, ne, die muss man abwägen, ne, oder vielleicht kann man Kompromisse finden, so. Aber es wirkt jetzt auch nicht so, als wenn du da irgendwo, ähm, zu Kompromissen bereit gewesen wärst, hört sich nicht so an. Und, ähm, ja, das könnte mit dem, was wir jetzt gleich hören werden, könnte es durchaus, ähm, Vorläufer gewesen sein, ne, absolut. Ähm, so, jetzt kommt natürlich, was kommen muss wahrscheinlich. So, ernsthaft durchgezogen hatte ich das aber wohl nicht. Anfang dieses Jahres habe ich dann plötzlich ein komisches Bauchgefühl bekommen, was ich aus meiner vorherigen Beziehung kannte. Ähm, bisher hätte ich meine Hand für ihn ins Feuer gelegt, dass er mir nicht fremd geht. Wir hatten über dieses Thema auch öfter geredet. Da ist im Freundeskreis vorkommen, wir hatten sehr ähnliche Ansichten über Grenzen, exzessives Flirten, Schreiben mit anderen, ist für uns schon fremdgehen. Äh, er hat sich verändert, hat mit Sport angefangen. Oh, ja, das sind ja immer die Vorläufer. Plötzlich Dinge alleine gemacht, die er sonst mit mir machen wollte, Überstunden, etc. Ich habe ihn darauf angesprochen, er hat alles abgestritten und gesagt, ich würde mir das einbilden und es wäre nichts. Ich hatte im Gefühl, dass er eine Kollegin toll findet. Durch die plötzlich einsetzende Verlustangst, ja, sage ich auch in meinem Verlustangstkurs immer, dass es, Verlustangst hängt sehr damit zusammen, wie sich der Partner verhält, äh, wurde ich etwas wachgerüttelt und gab mir mehr Mühe in der Beziehung und habe versucht, ihm das zu zeigen. Okay, wir verbrachten noch einen schönen sechsten Hochzeitstag zusammen, an dem er mir noch sagt, dass er mich liebt und mich wieder heiraten würde. Äh, als er nach der Arbeit seinen Standort ausmachte, bin ich ziemlich wütend geworden, da ich mich so hilflos gefühlt habe und das starke Gefühl hatte, dass er sich von mir entfernt. Ja, also ich werde schon, kann schon gleich sagen, auf diese E-Mail werde ich jetzt nicht wie so häufig sonst schon, werde ich jetzt keine 0-1-Antwort haben. War man gerade so in Langzeitbeziehungen mit Kindern, muss man natürlich immer ein bisschen abwägen. Ich finde, jeder kann sich mal verlieben in einer Langzeitbeziehung. Da kann keiner sich von freisprechen. Was mir nicht gefällt hier, ohne dass wir das jetzt belegen können, aber wirkt ja so, was mir nicht gefällt hier, ist dieses Ausmaß an Lügen. Das muss ich schon ganz ehrlich sagen. Ich glaube, wenn er das mit offenem Visier gemacht hätte, wäre das jetzt nicht so schlimm geworden. Darauf kann man zwei Tage nicht nach Hause, hat angeblich im Auto geschlafen. Also das ist, ich kann das jetzt niemandem belegen, aber wenn ich sowas hören würde, würde ich das für eine glatte Lüge, eine glatte Lüge halten. Man kann sich nie hundertprozentig sicher sein, aber sorry, welcher erwachsene Mensch schläft denn freiwillig im Auto? Also sorry, das ist... Also halte ich, das ist immer nur meine Privatmeinung, halte ich für eine glatte Lüge. Und das ist nicht gut, muss man schon ganz klar sagen. Also ich sage ja immer, Fremdgehen ist die eine Sache, dann einem ins Gesicht lügen, das ist nochmal eine andere Sache. Das macht die Dinge nochmal häufig viel schlimmer als das Fremdgehen an sich. So, dann bin ich ein paar Tage zu einer Freundin, er sagt, er bräuchte Zeit. Ja, mal gucken, die andere kennenzulernen wahrscheinlich. Nachdem er nach anderthalb Wochen immer noch nicht auf mich zugekommen ist, habe ich ihn zur Rede gestellt, obwohl ich ihm die Zeit lassen wollte. Er sagt, er weiß nicht mehr, ob er mich noch liebt und weiß auch nicht, wie es weitergehen soll. Ja, also da hundertprozentig. Also 90 Prozent der Männer schaffen es nicht, sich zu trennen ohne jemanden im Hintergrund. Und 10 Prozent schon, aber echt die Ausnahme. Frauen, also das ist nur meine persönliche Studie, sage ich mal, schaffen schon so ein bisschen mehr, sage ich mal. Bei Frauen ist es nicht jedes Mal, dass jemand im Hintergrund ist, aber 50 Prozent wahrscheinlich auch. So, durch einen gemeinsamen Freund fand ich dann daraus, dass ich mit der Kollegin recht hatte. Ja, das wundert uns jetzt nicht. Als sie ihn damit konfrontierte, gab er es zu. Sie ist 13 Jahre jünger wie er und arbeitet als Hilfskraft in dem Unternehmen, in welchen Erführungskraft ist. Ja, jetzt werden die ganzen Redpiller wieder aufspringen und schreien, siehste, 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 wir haben es ja gesagt. Was soll ich dazu sagen? Ja, das ist wieder so ein Klassiker, ne? Jungheit gegen Status, aber so ticken wir Menschen halt. Ja, sie hat ihre Ausbildung nicht geschafft, da sie eine Familie gepflegt. Ja, sieht aber wahrscheinlich aus seiner Sicht schnittig aus, vermute ich mal. Wurde doch bei ihren Eltern daheim. Optisch ist sie genau das Gegenteil für mich. Ja, es macht keinen Sinn, eine Affäre mit jemandem anzufangen, der, die Affäre ist eigentlich immer das Gegenteil, ne? Sonst macht es keinen Sinn, das kann ja auch mit dir. Das macht nur Sinn, wenn man das Gefühl hat, so jetzt, das gefällt mir nicht, jetzt würde ich das Gegenteil haben, so, ne? Er sagt mir, dass sie auf der Arbeit ins Gespräch kam und sie ihm zuhört und Bestätigung gegeben hat. Ja, also es ist seine ganz persönliche Entscheidung, jetzt fremd zu gehen, aber das ist eigentlich eine super E-Mail, wie so ganz viele Paartherapien sind. Also natürlich kann man jetzt sagen, er geht vielleicht wahrscheinlich fremd, aber es gibt, und das ist seine Verantwortung, aber es gibt eine Vorgeschichte dazu, ne? Also so ist das eigentlich immer. Es gibt eine Vorgeschichte, wo er sich vielleicht, womöglich zurecht, nicht gesehen gefühlt hat, einen langen Zeitraum, so, ne? Und es wird ganz häufig gesagt, also natürlich kommt dann das Körper nicht immer dazu, aber es wird ganz häufig gesagt, dass dieses auch von Männern, also dass sie, die machen nicht das Sexuelle nach vorne, sondern dieses Gehörtwerden und Bestätigung gekommen, so, ne? So, äh, sie haben wohl viel Zeit verbracht, zum Zeitpunkt wäre körperlich noch nichts gewesen, er habe sich aber an sie verliebt. Ich würde sowas aus heutiger Sicht nicht glauben, aber ich will euch nicht zu nahe treten, ich kenne einen Mann nicht. Ne? Wenn ich das hören würde, ich würde es nicht glauben, ich würde denken, ey, pff, am Arsch. Und, ja, also vielleicht hatten sie noch keinen Analverkehr oder ich weiß ich nicht, aber ich würde es nicht glauben, ne? Naja, aber die E-Mails haben mir auch den Rest gegeben, die euch ja auch immer beantwortet, so. Ähm, gut, ähm. So, ich habe die bisher schwerste Zeit meines Lebens durchgemacht, war im Brunnen zerstört, es lief etwa drei Monate weiter. Ja, wieso läuft das drei Monate weiter, ne? Also guckt euch meine zugegebenermaßen schon etwas älteren Videos an, Umgang mit Fremdgehen, da hat sich nichts dran geändert, wie ich das heutzutage sehe, gar nichts. Es sind zwei Videos, Teil 1 und Teil 2 werdet ihr finden. Ähm, knallharte Grenzen, ne? Vielleicht willst du weiter dich mit der treffen, ja, dann zieh aus. So, ne, das, äh, glaubst du, ich wasche noch deine Socken, wenn du hier mit einer anderen rummachst, kein Bock drauf, ne? Ähm, drei Monate sind viel zu lang oder vielleicht schon mal eine Paartherapie machen, äh, aber drei Monate, viel zu viel Zeit, ne? Und dass da jetzt, also in drei Monaten im Körper nichts läuft, ich meine, wenn sie so viel jünger ist, äh, wird das ja auch irgendwie eine Rolle spielen, das Körperliche? Das kann man könnten, ja, sorry, das glaube ich niemals, aber ich weiß es natürlich nicht, ne? Könnt ihr mal schreiben, wie ihr das seht. So, anfangs sagte er, er wüsste nicht, was das Richtige wäre, ja, er kann ja, er hat ja auch schön beide am Benzel hier, ne? Äh, und wie gesagt, diese, ähm, also er läuft ja so ein bisschen auf dem Zahnfleisch und dann, oder lief auf dem Zahnfleisch und dann können diese Affären, Verliebtheiten können extrem rasant verlaufen, ne? Ja, wirklich, das kann die dollsten Verliebtheiten ergeben, die man je hatte im Leben, weil das wie so ein Strohfeuer ist, aber die brennen lichterloh, aber gehen auch meistens, naja, meistens weiß ich nicht, aber gehen auch schnell wieder aus, ne? Muss man auch sagen. Ja, auch viel Projektionen im Spiel sind. Und, äh, als ich kurz davor war, von meiner Seite das Ganze zu beenden, na, endlich, möchte, er sagte, er möchte die Idee weiterführen, war aber nicht bereit, den Kontakt abzubrechen. Ja, ähm, ich möchte mich duschen, aber ich möchte nicht nass werden, ne? Ja, es macht so richtig Sinn, ne? Ähm, alles klar, ich möchte fitter werden, aber ich möchte keinen Sport machen. Ich, äh, möchte über die Straße gehen, aber ich will nicht einen Fuß vor den anderen setzen, ne? Macht so richtig Sinn, ja. Ähm, klar, aber, ähm, als ich dies zur Voraussetzung mache, sagte er, er habe den Kontakt abgebrochen. Wieder täuschte mich mein Bauchgefühl nicht und es kam raus, dass er sie weiterhin traf. So, es hat also deinen Mann dir sehr wahrscheinlich mehrfach ins fucking Gesicht gelogen, sorry, muss ich das so sagen. Und ich habe wirklich viel Verständnis für, dass man sich mal verlieben kann in einer langjährigen Beziehung, wirklich. Ähm, aber dem Partner so dreckig ins Gesicht zu lügen, ähm, selbst wenn man das einmal passiert, wenn man auf dem falschen Fuß erwischt und will es nicht sofort zugeben, meinetwegen. Aber wenn so Leute eben wie ihr so in Paartherapie kommt und, ähm, so und dann kommen die nach einer fünften Stunde und sagen, einer sagt irgendwie, ach übrigens, ich habe doch noch wieder Kontakt oder ich habe euch, ich habe auch dich als Paartherapeut angelogen. Dann sage ich immer, könnt ihr gerne machen, aber es ist alles umsonst, was wir hier machen, alles ist umsonst und jetzt ist es noch viel schlimmer als vorher, ne, noch viel schlimmer. Äh, weil so ein, so ein zweites Lügen ist, ähm, das ist richtig grausig, ne, ähm, weil es zerstört einfach komplett jegliches Vertrauen, ähm, was man dann mühsam wieder aufarbeiten muss. Und, äh, das heißt, du wirst ab jetzt, wirst du in deiner Ehe mit einem Auge offen schlafen und, äh, das, äh, wie gesagt, also so kontinuierliches Anlügen, habe ich kein Verständnis für, ne, sage ich ganz ehrlich. Ja. Ich weiß nicht, wie, er ist ja auch Führungskraft, wie denkt er es denn auf Arbeit, wenn er jetzt einen Arbeitnehmer immer anlügt, hast du die Arbeit, hast du deine Aufgabe jetzt gemacht? Ja, nee, habe ich doch nicht gemacht und, äh, ja, die fliegen ja irgendwann raus, ne. So, äh, insgesamt erkannte ich ihn in der Zeit kaum wieder, äh, er war verbal aggressiv, auch den Kindern gegenüber, sofort auf 180 fing an zu rauchen und Alkohol zu trinken, zu lügen. Ja, ich weiß jetzt überhaupt nicht, was da los ist, also ich kann nur aus meiner Erfahrung sagen, aus, äh, Pateraport seit 287 Jahren, kann ich sagen, dass, äh, die Frauen, die Männer in solchen Konstellationen kennenlernen, häufig sehr toxisch sind. Ich würde, ich, du hast gar nichts über sie geschrieben, ich kenne sie nicht, ich sage es nur so als Erfahrungswert, sehr, oder sagen wir mal so, sehr toxische Verbindungen, äh, voller Liebessucht, ähm, also häufig werden sehr labile, ähm, Frauen gedatet, beziehungsweise drängen, haben auch den Nerv sich in so eine Ehe zu drängen, äh, sehr labil, äh, famfatal mäßig, ähm. Ähm, und, äh, da entstehen dann ein ganzer Haufen neue Probleme, die, wie wir ja wissen, vielleicht ist ein Mann auch ein bisschen liebessüchtig, dann, äh, gönnt man sich auch gerne andere Drogen, also scheint ihm nicht so gut zu tun, auf jeden Fall, ne, aber ist ja nicht dein Problem. Okay, ich lange gebraucht an den Punkt zu kommen, ihn loslassen zu können, obwohl ich selbst davor in einer Beziehung gezweifelt habe und immer wieder gesagt habe, Fremdgehen verzeihe ich nicht. Ja, gut, äh, Fremdgehen verzeihen dann doch viele, das ist auch so ein Erfahrungswert. Die Frage ist für mich, ob du Lügen verzeihen musst, ne, da hätte ich echt ein echtes Problem mit, ne. Äh, als ich eine Wohnung organisiert hatte und kurz zum Ausdruck war, kam er irgendwie wieder zur Besinnung, also immerhin setzt du ja mal klare Grenzen und du siehst, dass es sofort Erfolg zeigt, ne. Er pflegte mich regelrecht an, nicht zu gehen, das nochmal zu versuchen, dass er wieder der Alte, wüsste auch nicht, was in ihn gefahren war. Halte ich nicht für völlig ausgeschlossen, dass es so ist. Wir haben lange geredet, er gestattet mir, dass es kurz zuvor doch ein Kuss gefallen ist, mehr wäre er aber körperlich nicht gewesen. Also ich, mein Bauchgefühl, aber ich kann es nicht belegen, das ist das dritte große Lüge in deinem Gesicht, aber, äh, ich meine, er meint es bestimmt gut, weil er dich nicht verletzen will, aber das macht es nicht besser, was er hier macht, ne. Das glaubt doch kein Mensch, ey. Wo reden wir denn hier über eine monatelange Affäre, also, ja, ist klar. Er war bis auf die zwei ersten Nächte jede Nacht daheim, sie wohnt ja noch bei den Eltern, also nur keine Gelegenheit. Also, das wissen wir ja wohl, dass wer Sex haben will, das ja, mein Gott, dann fährt mal Berlin auf den Parkplatz. Also, sorry, naja. Ja, und die Überstunden, was meinst du, was da alles auf der Arbeit passieren kann, im Hauswirtschaftsraum, naja. Ja, er meint, er kann sich auch gar nicht erklären, was das mit ihr war, das kann alles sein, er glaubt, es sei nur ein Ausfluss aus unserem Problem. Ja, bei der er aber diese Wahl gefunden hat, damit umzugehen, so, ne. Er habe sich nicht gesehen und ernst genommen gefühlt, glaube ich. Sie wäre so, wie ich am Anfang unserer Beziehung war, liebevoll, sanft, weich, ich sag mal, slash feminine Polarität. Ja, kümmert sich mehr um andere als um sich selbst. Ja, offensichtlich hat sie sich sehr um ihn gekümmert, auf jeden Fall. Schreibst du jetzt jung, naiv? Nee, das ist weibliche Polarität, ne. Kann ich jetzt überhaupt nicht sagen, wie du da aufgestellt bist. Wir reden ja oft über Mangel an männlicher Polarität, kann man natürlich genauso gucken an Mangel an weiblicher Polarität. Ich wäre hart und verbissen geworden. Ja, klingt nach männlicher Polarität. Und, da ich das, was er sagt, zum Teil nachvollziehen konnte und mein Ehehaus und Kinder hier auch nicht so schnell aufgeben will, will ich das eines nochmal zu versuchen. Ja, also ich habe da kein klares Ja oder Nein hier. Ja, kann ich nachvollziehen, warum nicht, ne. Ist so ein bisschen, also was die Chancen sinken lässt, ist sein, wie ich vermute, ich kann es nicht belegen, verbissenes Lügen, das gefällt mir ja gar nicht. Naja. Aber, also ich denke, um das erfolgreich aufzuarbeiten, müsst ihr sich dieses Lügen auch mal angucken, ne. Aber es ist fair enough, also kann ich das schon verstehen, ne. Also wäre jetzt definitiv ein Zeitpunkt für eine Paartherapie, würde ich mal sagen. Er befasst sich auch etwas mit Psychologie und Persönlichkeitsentwicklung, ja. Ja, ja gut. Und arbeitet an sich, er hatte eine schwierige Kindheit, ja, es haben auch andere Menschen eine schwierige Kindheit und belügen trotzdem nicht ihre Partner. Das ist keine Ausrede. Komischerweise vertraue ich ihm, dass er aktuell nichts macht. Also, dass er aktuell nichts macht, kann ich mir auch vorstellen, aber was davor war, naja. Ich habe kein Bedürfnis, ihn zu kontrollieren, obwohl ich das könnte. Allerdings habe ich Angst, dass das bei der nächsten Krise wieder passiert. Außerdem werde ich das Kopfkino nicht los. Ja, das kommt auch von dem ganzen Gelüge, ne. Nicht nur vom Fremdgehen. Aktuell kommt das Ganze wieder bei mir hoch und belastet mich sehr. Ja, also ihr seid wirklich das, also typisch, würde euch wirklich sehr raten, in der Paartherapie zu gehen. Ich weiß nicht so recht, wie ich damit umgehen soll, da er ja auch nicht mehr dazu sagen oder rückgängig machen kann. Doch, er könnte viel mehr dazu sagen, glaube ich. Bisher hast du ihn da ganz schön zurückhaltend. Also, er ist mit viel, sag ich mal so, er ist mit viel davon gekommen bei dir, ne. Und sie wirkt jetzt auch nicht so, als wenn er sich groß anstrengen müsste. Also, du solltest ihn definitiv mehr arbeiten lassen jetzt, ne. Ähm, insgesamt läuft es wieder deutlich besser, da jeder was daraus gelernt hat. Ich versuche mehr in die Beziehung zu investieren, wie früher, und arbeite daran, aus der männlichen Energie wieder mehr in die feminine Energie zu kommen. Finde ich super, gut analysiert und ihm mehr Wertschätzung zu geben. Allerdings bleibt das Thema Zeit ein Streitpunkt. Ich möchte trotz Beziehung mein eigenes Leben leben, was für mich bedeutet, mein Hobby ausleben zu können. Ja, aber genauso, wie er nicht, ähm, sozusagen die Beziehung mit dir leben kann und, äh, 13-Jährige, äh, äh, Hilfen im Unternehmen füllen kann, ähm, kannst du vielleicht nicht exzessiv dein Hobby ausleben und erwarten, dass es nichts seiner Beziehung macht, ne. Sorry, das muss ich eigentlich auch ganz klar sagen, ne, hat er jetzt oft genug gesagt, ne. Aber wenn du nicht bereit bist, dann akzeptiere die Konsequenzen, ne, muss er auch. Ne, dann ist es vielleicht nicht der richtige Partner für dich, ist einfach so. Also, so, wo waren wir jetzt? Ich versuche mehr, äh, das hatten wir auch schon. Äh, das führt immer noch zu Konflikten, weil er der Meinung ist, ich habe meinen Fokus zu sehr auf meinem Hobby als auf der Ehe und verbringe damit zu viel Zeit. Also, wenn du da nichts änderst, ne, ist die Wahrscheinlichkeit extrem groß, dass da genau der gleiche Kram wieder passiert oder er wieder zurückkehrt zu ihr. Also, wahrscheinlich haben wir sich schon längst, also zu ihr vielleicht nicht, aber ich glaube, wenn du das Gefühl hast, äh, das gilt für euch beide, wenn ihr das Gefühl habt, ohne irgendwas zu ändern, könnt ihr jetzt so weitermachen, dann wird das wieder passieren. Vielleicht auch mit einem anderen Gewand irgendwie, aber es wird wieder passieren, ne. Äh, so, allerdings versuche ich wirklich allem gerecht zu werden und plane meine Zeit gut, ja, aber du rationalisierst eigentlich genau wie er, ne. Also, beide wollt nicht wirklich was verändern, wollt so euer Ding machen und das ist dann aber nicht mehr kompatibel mit der Beziehung, ne. Ähm, ihr werdet schon wirklich, äh, haben wir ja selten hier Idealespaar für eine Paartherapie, glaube ich. Ähm, ähm, äh, neulich haben wir nochmal ein Gespräch, was mich sehr zum Nachhinein gebracht hat. Äh, äh, er meinte, er hat sich die letzten Jahre immer wieder schwächer gefühlt und so weiter. Ähm, äh, gut, lassen wir es mal, glaube ich, dabei. Ich schreibe es noch zum Schluss, wir sind leider auch sehr unterschiedlich. Ja, das sind viele Paare, deswegen muss man sich nicht drinnen und haben unterschiedliche Vorstellungen vom Leben. Ja, die Frage ist ja immer, wie gut kann man Kompromisse finden als Paar. Das macht langfristig erfolgreiche Paare so auch sehr stark aus. In diesem Sinne, was denkt ihr dazu? Macht die folgenden Kurse, wir sehen uns bald wieder und ciao, ihr Lieben. Das macht die folgenden Kurse, wir sehen uns bald wieder und wir sehen uns bald wieder und wir sehen uns bald wieder.